Projekte kennt vermutlich jeder, vor allen Dingen, wenn man bekannt geben muss, wie viel sie denn verspätet sind. Das sollte natürlich nicht der Standard sein, dennoch kennen viele eben auch die Grundsätze, je nachdem, welche Studie man sich anschaut. 60, 70, teilweise 80, 85 Prozent, je nach Branche der Projekte, sind verspätet, wenn und insbesondere gilt das für öffentliche Projekte. Und da möchte ich der öffentlichen Hand jetzt hier keinen propagandistischen Vorwurf machen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass einfach heute jeder auch oft sich über alles beschwert und gegen alles Mögliche klagt. Wenn irgendwo die öffentliche Hand Projekte macht, dann rechnet doch mittlerweile niemand mehr damit, dass es real pünktlich zu Ende geht. In der Wirtschaft sieht es aber auch da nicht viel besser aus, denn da hat man einfach nur einen Unterschied gefunden. Wenn Projekte nicht so laufen, wie sie sollen, hat man nicht so ganz wenige Projekte, die dann totgeschwiegen werden. Im Klartext heißt das, Leute sagen dann einfach gar nichts mehr darüber und die werden dann so ausgesessen. Das kann die öffentliche Hand nicht, weil Steuergelder sind und daher wirkt es nach außen hin erstmal so, dass dort immer alles viel schlimmer ist. Das stimmt nicht per se so. Die Frage ist aber, wie führt man denn Projekte erfolgreich? Denn was erleben wir derzeit? Wir erleben halt, Projekte werden geführt wie früher. Also man kommt aus der Pandemie raus und verwendet genau dieselben Methoden wie vor der Pandemie, als ob nichts gewesen wäre in den letzten zwei Jahren. Das ist natürlich so nicht korrekt und auch solche Ansätze wie Work from Home oder Work from Anywhere, flexible Arbeit, Remote Arbeit, Arbeit von verschiedenen Orten, wird halt behandelt wie früher. Ja, da hat jemand mal kurz was von zu Hause gemacht. Das ist ja aber nicht die Situation. Wir reden ja hier nicht darüber, dass jemand kurz was von zu Hause macht, sondern dauerhaft nicht vor Ort arbeitet, sondern disloziert, also von einem anderen Ort aus arbeitet. Und somit gehen die Teams größtenteils unvorbereitet in die neue Arbeitswelt, die neue Normalität und das, was dort kommen mag. Das führt natürlich zu großen Herausforderungen. Apropos Herausforderungen, gestern hatten wir wieder zwei tolle Interviews, einmal mit einer echten Legende. Gestern habe ich interviewt Klaus Fink auf meinem Kanal zum Thema Vertrieb. Klaus Fink gehört zu den ganz großen Legenden wirklich in Deutschland, der in dem Bereich, insbesondere auch im Telefonvertrieb und Kontakten dort entsprechend zu Hause ist. Mittlerweile aber auch in ganz anderen Bereichen vom Vertrieb. Und wenn es um große Projekte geht, haben wir den Weltrekorder Marc Amerigo, der internationale globale Projekte, insgesamt über 80 Länder beteiligt, führt und erfolgreich bereits geführt hat. Unter anderem bereits Projekte mit Weltrekorden, die dann dort entsprechend auch festgestellt wurden und die Ingenieurs, also inhaltlich getrieben sind. Das sind also keine reinen Redeprojekte, wo am Ende ein Sprachprodukt existiert, sondern wirklich geliefert wird. Entweder steht das physische Produkt mit allem drumherum oder steht eben nicht. Und da habe ich auf dem englischen Kanal Marc Amerigo interviewt. Ein wirklich hochspannendes Interview. Wir müssen aber jetzt schauen, was ist die aktuelle Problemstellung und vor allen Dingen, wie geht es besser? Die aktuelle Problemstellung ist natürlich nach der Pandemie, dass der soziale Zusammenhalt auf einmal sich anders gestaltet. Wenn wir Leute remote, also von anderen Orten, disloziert, also nicht vor Ort bei uns im Büro, haben arbeiten lassen oder zukünftig auch werden wir dort arbeiten lassen, dann ist es anders vom sozialen Zusammenhalt, als wenn Leute vor Ort sind. Es ist durchaus ein Unterschied, ob man sich nur online sieht oder online und persönlich. Und die dann völlig andere, das ist das zweite Problem, die völlig andere Konflikt- und Kommunikationskultur ist anders. Das kann nicht mal eben on the job geklärt werden, ja, mach da mal ein bisschen, was passt schon. Das führt zu nichts. Aber leider ist es oft so, dass diese neuen Teamstrukturen einfach unkommentiert, also gegeben präsentiert werden, ohne jegliche Kommunikation. Und die Kernaussage, die Führungskräfte damit senden, ist einfach, dass die sagen, nun macht endlich weiter. Also ich kann ja emotional verstehen, dass Leute sagen, können wir jetzt endlich mal weitermachen wie früher. Das ist emotional verständlich, aber faktenseitig nicht belegbar. Und damit ist einfach wichtig, dass dieses nun mach endlich wieder oder mach endlich weiter ist kein Ansatz nachhaltiger Führung. Und natürlich gibt es hier verschiedenste Aspekte. Man kann das mit Seminaren und Coaching, Beratung, Mentorprojekten, Mentoringprojekten entsprechend auch begleiten. Auf ihren Events sollte das Thema von professionellen Vortragsredenden thematisiert werden. Und mit Projekt- und Interimusmanagement kann man da auch mittel- bis langfristig zusammenarbeiten. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an nb-networks.com, wenn Sie da entsprechend ein paar mehr Informationen haben möchten. Und wichtig ist, das kam sehr gut an, auch in den letzten Wochen, wir werden das Angebot weiter ausbauen. Viele haben sich sehr positiv zurückgemeldet, was mich freut über das Angebot, was ich auch schriftlich mache. Unter expert.nb-networks.com gibt es dort einfach kurz die E-Mail-Adresse eintragen. Dann gibt es jeden Mittwoch eine E-Mail. Da sind Artikel drin, da sind Podcasts drin, da sind Interviews drin, da sind weitere Verlinkungen drin. Also echte faktenbasierte Wissenschaft und vor allen Dingen auch werbefrei. Wie immer 100% Inhalt garantiert werbefrei. Da freue ich mich sehr, dass das so positiv ankam. Wir müssen aber jetzt schauen, wie geht es denn besser. Wenn wir jetzt Projekte also haben, die jetzt ja weiterlaufen. Wir können ja jetzt nicht sagen, wir machen jetzt einfach nicht mehr Projekte, sondern arbeiten einfach vor uns hin und begraben quasi das Thema Projekte. Das ist ja kein Ansatz. Wie geht es denn besser? Und deswegen Punkt 1, soziale Events eben auch online und offline halten. Das ist nicht einfach, aber notwendig. Und ich weiß, ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Einige haben sich sehr positiv gemeldet zu dem Interview mit Frederik Mittelstedt, der Firma Reddit. eine sehr erfolgreiche Firma, eine Firma, die überhaupt nicht darauf erpicht ist, wo Menschen arbeiten. Das geht natürlich nicht bei jeder Firma, aber sie müssen schon gut sein, wenn sie es schaffen, dass sie Menschen organisieren, die ein Leben halt im Silicon Valley, andere in San Francisco, also quasi vor der Haustür, dann andere in New York. Das geht dann weiter über London bis hin zu Berlin, über Moskau bis nach Tokio und Perth sowie Sydney. Und sie decken das global ab und schaffen erfolgreiche Projekte. Dann haben sie was richtig gemacht. Wenn sie dann Events machen und dann sagen, wir möchten das vor Ort machen, dann können sie entweder Leute vom halben Planeten einfliegen lassen. Das kann auch mal sinnvoll sein. Achten sie da aber vor allen Dingen auch darauf, dass es natürlich auch Geld kostet. Und natürlich auch einfach ein wichtiger Faktor hierbei ist, dass auch das Klima belastet wird. Und da sind wir alle aufgerufen natürlich zu schauen, was ist wirklich notwendig und was kann online gemacht werden. Und sie können sehr professionelle Events auch online machen, natürlich dann auf professionellen Plattformen und mit professionellen Menschen, die das auch professionell gelernt haben. Wenn es dann wieder heißt, wie ich leider immer noch wieder höre, so ja, wir machen dann nur interne Vorträge und also für Externe geben wir gar kein Geld aus, dann können sie sich jetzt schon darauf freuen, wie es eine Finanzpräsentation gibt und dann eine interne Präsentation von Dingen, die alle schon kennen. Und am Ende klatschen dann alle einmal brav und sind froh, vor allem, dass es vorbei ist. Das funktioniert nicht. Wichtig auf jeden Fall ist, neben diesen sozialen Events, die auf jeden Fall neben den rein fachlichen Events auf jeden Fall auch notwendig sind, die Kultur von Work from Home, Work from Anywhere, also das Arbeiten von anderen Orten aus, ja, aber wichtig jetzt, und da haben sich einige Organisationen wirklich auch Konfliktfelder aufgemacht, die nicht notwendig sind, die Probleme von Lebensentscheidungen nicht zum Problem von ihrem Team machen. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, das kann ich Ihnen auch offen nennen, den Friedrich Mittelstedt, den kenne ich sehr gut, den kenne ich auch privat. Und als wir ein Abendessen bei ihm zu Hause dort hatten, war es dann so, dass er, wir saßen dann dort, hatten uns Essen bestellt, alles wunderbar und um 22 Uhr sagte er, er muss jetzt mal kurz hoch, weil er ein Meeting hat. Denn nach US-Zeit und an der Westküste der USA, 22 Uhr Zeit in Großbritannien ist völlig in Ordnung immer noch, weil es ist eben nicht, ähm, es ist eben nicht die gleiche Zeit logischerweise durch die Zeitverschiebung. Ähm, wenn Sie halt sagen, 22 Uhr in London, ist es eben erst 14 Uhr in San Francisco und damit eine völlig legitime Zeit, sich zu treffen. Wenn dann Menschen sagen, ja, das passt mir aber in meiner privaten Lebensführung nicht, dann müssen sich Leute irgendwann entscheiden, was jetzt wichtiger ist. Also, wenn Sie versuchen, ein globales Unternehmen oder dislozierte Mitarbeitende über alle Zeitzonen hinweg dann auch noch in möglichst nur neun bis fünf Arbeitszeiten zu halten, das wird nicht realistisch umsetzbar sein oder nur in sehr begrenztem Umfang. Das heißt also, wenn Sie Leute haben, was völlig legitim ist, die halt sagen, sie möchten von woanders arbeiten, sage ich immer, ermöglichen Sie es, wo es geht, Sie werden unglaublich viele Talente gewinnen dadurch, aber die Leute müssen eben auch bewusst sein, dass das ein beidseitiges Investment ist und kein einseitiges Investment. Wenn Sie dann neue Teamstrukturen haben, also sprich, manche Menschen sind dauerhaft zum Beispiel nicht mehr vor Ort oder manche Menschen sind nur teilweise vor Ort, das heißt, früher waren die fünf Tage vor Ort, jetzt ist es verändert worden, drei, zwei Tage oder zwei, drei Tage oder ein Tag die Woche oder wie auch immer. Kommunizieren Sie Teamstrukturen aktiv. Festigen Sie Teamstrukturen und vor allen Dingen überprüfen Sie die regelmäßig, denn viele fragen halt derzeit, was klappt denn garantiert? Wissen Sie, wir können natürlich jetzt schon durch die ersten Studien sehen, was tendenziell eher klappt und was tendenziell nicht klappt und manche Dinge, sowas wie zum Beispiel Arbeiten von anderen Orten, was seit Jahrzehnten bereits klappt. Da ist es also überhaupt keine Überraschung, dass das funktioniert. Aber manche Dinge, die halt relativ neu sind, da werden Sie in Ihrer Organisation erst, wenn Sie es machen, sehen, klappt es. Und wenn ja, wie klappt es? Und dann werden Sie immer weiter optimieren können. Und das ist ein Work in Progress, also eine fortschreitende Arbeit, die auch weiterer Investition von Zeit entsprechend dann bedarf, um zu gucken, was funktioniert. Wichtig ist immer, faktenbasiert arbeiten. Nicht auf Basis von Meinungen oder wenn Menschen sagen sowas wie, von zu Hause wird nicht gearbeitet oder wir treffen uns immer montags um acht. War schon immer so. Das sind ja keine Aussagen, die irgendeine Substanz haben. Nur weil es immer so war, heißt es nicht, dass es richtig war. Die meisten von diesen Montagstreffen sind meistens Meetings, die angesetzt werden, dann endlos über die Zeit gehen, alle starten mit einem massiven Verzug bereits in die Woche und sind tödlich genervt von dem, was begann. Und das zieht sich dann durch die gesamte Woche. Also optimieren Sie dort, wo Sie sehen, dass Dinge nicht funktionieren oder auch nicht benötigt werden. Wichtig dann, wenn Sie schauen, was klappt und was nicht, reagieren. Keine Entscheidungsstille, also nicht dieses alle sehen, es klappt nicht und keiner sagt irgendwas. Also Non-Kommunikation, vor allen Dingen es dann überhaupt nicht zu kommunizieren, ist immer die schlechteste Entscheidung. Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten derzeit noch keine Entscheidung treffen, weil es bedarf noch von der Rechtsabteilung einer weiteren Entscheidung, die vom Bundesverwaltungsgerichtshof getroffen werden muss, das versteht ja jeder. Aber dann kommunizieren Sie es doch bitte. Es liest nicht jeder die juristischen Gazetten, die Ihre Rechtsabteilung liest. Und deswegen wichtig, nicht diese Entscheidungskommunikationsstille, in der man glaubt, naja, passt schon, wenn wir halt nichts sagen. Denn das passt in den allerwenigsten Fällen. Denn wenn Sie das machen, dann treffen Leute eigenmächtig Entscheidungen. Dann werden Prozesse umgangen und Menschen finden Lösungen für sich, die schlichtweg für die funktionieren, aber eventuell nicht für sie. Deswegen Fazit hiervon, Ergebnisorientierung mit klarem Erkennen eben auch der Stakeholder aller Beteiligten, welche Menschen haben welche Interessenlage. Und dann agieren auch validen und reliaten, also nachprüfbaren Fakten und nicht basierend auf persönlichen Präferenzen und Meinungen, die dann zum Problem des gesamten Teams gemacht werden. Denn dann klappt es auch zukünftig mit den Projekten. Denn eins kann ich Ihnen sagen, und das ist auch wichtig nochmal mit dem Verweis auf die Interviews jetzt, bei dem deutschen Podcast, wo ich Klaus Fink entsprechend interviewt habe, der Mann hat international mehr Projekte hinter sich als die allermeisten von uns, denn der ist nicht erst seit gestern in der Branche. Und beim englischen Podcast Marc Amerigo versuchen Sie mal ein Projekt global zu leiten, wenn Sie am Ende ein Produkt herstellen müssen, wo Menschen dann, gerade wenn es um Weltrekorde geht, bei einem Projekt zum Beispiel wurde ein Weltrekord auf dem Fahrrad aufgestellt, wenn Sie da falsch liefern, dann stirbt jemand. Also da haben Sie nicht so viele Anläufe. So, das heißt also, solche Projekte global zu leiten mit Dislozierten, also an verschiedenen Orten entsprechend Arbeitenden, Mitarbeitenden, da ist es schon wichtig, dass diese Ergebnisorientierung eben mit klarem Erkennen aller Beteiligten, aller Stakeholder dann auch vorgenommen wird. Denn dann funktioniert es auch zukünftig in der neuen Normalität mit den Projekten. Ich freue mich hier auf die Diskussionen, die wir haben werden diese Woche. Die letzte Woche war wieder sehr spannend. Vielen Dank hier vor allen Dingen für, gerade auch für die Stimmen, die andere Ansichten hatten, aber sehr sachlich waren. Das freut mich immer besonders. Also da hatten wir auch schöne Telefonate, echt, echt klasse. Ich freue mich hier auf Ihre E-Mails nb-networks.com oder auf Xing, LinkedIn und jedem anderen Social Media Portal, wo Sie mich finden. Denn jetzt gilt anwenden, 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 denn das ist das Wichtigste, dass das Ganze in Ihrer Organisation ankommt. Ich wünsche viel Erfolg bei der Umsetzung und für diese Woche vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank.